Hallo, hier ist Jutta vom Shopping Kanal. Ich zeige euch heute mal unsere neuen Basic T-Shirts. Da haben wir Kinder T-Shirts, Langarm, Rundhals und Workwear T-Shirts. Ich zeige euch mal die neuen Rundhals T-Shirts. Da haben wir das Regentee, Ladies Basic von James & Nicholson, JHH, Mantis, also jede Menge. Fruit of the Loom, der Klassiker, in reichlicher Farbauswahl für 4,03 Euro. Der geht von XS bis 2XL. Das ist jetzt das Ladies. Das gibt es aber auch für Herren. Das ist, glaube ich, das F140. Wenn ich das noch richtig... Genau, hier ist es. Das ist es. Das kostet 4,03 Euro, genau so. Und es geht bis 3XL. Auch in den ganzen Farben. Das ist der absolute Klassiker. Das läuft wie die Feuerwehr. Da könnt ihr euch auch einen 10er Pack gleich bestellen. Und wie gesagt, Ökotex zertifiziert. Was auch ganz beliebt ist, sind unsere Polo-Shirts. Da haben wir 100% Baumwolle mit Brusttasche, Kinder-Polo-Shirts, mit Kontrasteinsätzen, Langarm. Und dann haben wir auch Mischgewebe. Und dann haben wir extra für den Sport die Polo-Shirts und auch Workwear-Polo-Shirts. Workwear-Polo-Shirts sind fester und dicker vom Material. Da haben wir B&C, die Pro-Collection, Premier Workwear. Die sind klasse. Das ist jetzt für Damen. Das gibt es aber auch für Herren. Das kostet dann 10,89 Euro. Das ist auch Ökotex zertifiziert. Geben wir noch mal in die Polo-Shirts rein. Hier 100% Baumwolle. Das ist der Klassiker. Premium-Polo. Das kostet 9,67 Euro. Ihr braucht dann einfach nur hier in die Größe gehen. Ihr sucht euch die Farbe raus. Angenommen, ihr wollt das in Schwarz haben. Dann wird das hier in Schwarz angezeigt. Und dann habt ihr das in Schwarz. Dann geht ihr einfach hier auf XL zum Beispiel, tippt dann die 1. ein und dann unten in den Warenkorb. Was auch ganz aktuell jetzt ist, das sind unsere Caps. Die 3-Panel, 5-Panel, 6-Panel, 7-Panel. Camouflage Caps, Kuba Caps, Kinder Caps haben wir auch. Dann Netz- und Sport Caps. Dann auch Sicherheits Caps mit reflektierenden Einsätzen und Sonnenblenden und Schildmützen. Die 7-Panel, die 7-Panel Caps, zeige ich euch mal. Das ist das von Beachfield. Das kostet 7,51 Euro. Gibt's in Schwarz und in Olivgrün. So sieht's dann aus. Was auch ganz beliebt ist, ist unsere Arbeitsbekleidung. Die Polo-Shirts, da hab ich euch ja vorhin schon die Workwear gezeigt. Aber auch die Jacken oder die Westen. Könnt ihr hier mal durchschauen. Die Westen sind auch sehr beliebt. Gerade bei den Herren. Deswegen gibt's hier auch, es werden auch Damenwesten. Aber für die Herren ist es einfach ein aktuellerer Artikel. Das hier von Souls, die Weste. Die sieht doch toll aus. Ach, die ist jetzt im Moment nicht mehr lieferbar. Na gut. Dann suchen wir eine andere. Den Bodywarmer. Schauen wir mal. Ja, der ist da. Der kostet 31,76 Euro. Den gibt's in den 5 Farben. Sweatshirts. Jede Menge Sweatshirts. Basic Sweatshirts. Half-Zip, also nur halber Reißverschluss. Dann Hooded mit Kapuze. Hooded Sweats. Kinder. Hooded Jackets. Und Hooded Sweats. Sweat Jackets, Sweat Jackets und Workwear. Also wieder für den Arbeitsbereich. Basic Sweats. Da gibt's also jede Menge. Könnt ihr einfach mal durchschauen. Von TJs, das ist auch toll. Das zeige ich euch mal. Mit Rundhals. Auch Ökotex-zertifiziert. Das kostet 28,65 Euro. Geht sogar bis 5 XL. Da kostet das dann 30,43 Euro. Sport und Activity zeige ich euch nochmal. Da haben wir auch unsere Basic Sportschirts. Von Old Tees. Sorgt für ein angenehmes Hautklima. Die trocknen schnell. Und atmungsaktiv sind die auch. Die kosten dann 14,83 Euro. Gehen bis 2 XL. Also wir haben über 6.500 Produkte in dem Shop. Gehen wir nochmal in Sport und Activity. Langarm-Sport-Sport-Shirts. Von Game Gear. Sieht schick aus. Kostet 17,23 Euro. Gibt's in den 4 Farben. Weiß, Rot, Blau und Schwarz. Die Jacken zeige ich euch nochmal. Waserdichte-Jacken. Also jede Menge Auswahl. Regatta. Das ist ja auch ein Begriff. Sind wasserdicht und atmungsaktiv. Kostet dann 70,60 Euro. Sind verschweißte Nähte. Kapuze haben die natürlich auch. Und wenn ihr aus der Gastronomie kommt. Wir haben ein extra Gastronomie-Sortiment. Bistro und Bar-Schürzen. Die gibt's auch in vielen Farben. Kurz und lang. Sieben Seiten. Hier von Workware. Diese Schürze ist schön. Die hier. Und die ist waschbar bis 95 Grad. Und knitterarm. Die kostet 27,56 Euro. Schauen wir hier nochmal. Fließwesten. Sehr beliebt. Weil die nicht ganz so dick sind. Und trotzdem sehr gut verwärmen. Hier von Resalt. Die ist schön. Als Fließweste. Gibt's auch in vielen Farben. Und die kostet nur 12,41 Euro. Ja, ich denke mal das war's für heute. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.